Ein erstes große Highlight für alle Erstsemester ist natürlich die E-Matrikulationsfeier. Doch wie wird sie dieses Wintersemester stattfinden? Das fragen wir am besten unserem Rektor, Prof. Dr. Christian Tietje. Kapitän! Die E-Matrikulationsfeier wird zum Wintersemester 2020, 2021 ein wenig anders sein als sonst. Wir gehen in die Händelhalle, eine große Festhalle hier in Halle, in der viele Menschen Platz finden, auch unter Hygieneanforderungen. Und wir werden in drei Blöcken, vormittags, mittags und nachmittags, unsere Studierenden je nach Fakultäten begrüßen. Das bekommen Sie mit, indem Sie in Ihr Uni-Postfach schauen. Sie bekommen die Einladung per E-Mail. Das heißt, die E-Mail-Adresse Student Uni Halle, bitte hier nachschauen. Dort ist die Einladung mit Ihrer jeweiligen Zeit dann enthalten. Jetzt geht's. Ich bin ein. Dann verschwindet. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Vielen Dank.